Einmal im Herbst, in den frühen 20er Jahren, war ich über ein Wochenende ins Wallis nach Sieders zu meinem Freund, dem Dichter Francesco Franzoni, gefahren. Am Sonntagmorgen war es kühl geworden, der Himmel war bedeckt, die Luft sank von den beiden gewaltigen Gebirgswänden ins Tal und auf den Höhen war Schnee gefallen. Franzoni hatte bei Rilke angefragt, ob wir ihn Nachttisch besuchen könnten. Um nicht zu früh bei ihm einzutreffen, machten wir zuerst einen Spaziergang durch die Stadt und dann um die Stadt herum, in sehr belebten Straßen und Gassen roch es nach Wein aus dem Keller und er klang Gesang. Beim Verlassen der kleinen Stadt kamen wir an einer Metzgerei vorbei. Ein sonntäglich gekleideter Bauer zerrte an einem Strick ein kaum halbjähriges Kalb hinter sich her. Das Kalb widerstrebte. Franzoni und ich blieben stehen. Nun war der am Strick reißende Mann vor die rot gestrichene Tür der Schlechterei gelangt. Das Tier sperrte sich mit allen Vieren, gleich spürte es Blutgeruch, und plötzlich wandte es sich um und schaute uns beide an. Seine stumme Verzweiflung war so deutlich zu erkennen wie in einem Kindergesicht. »Oh, das ist unerträglich«, rief Franzoni. Aber schon bevor ich überlegen konnte, hörte ich mich fragen, »Wie viel gibt Ihnen da schlechter?« Der angeredete Besitzer des Kalbes, misstrauisch und mürisch, nannte eine damals noch recht unbeträchtliche Summe. Franzoni und ich prüften unsere Barschaft und kurzerhand, ja, leichtsinnig kauften wir das Kalb und zogen den Berg hinan, immer wieder anhaltend, wenn das nun plötzlich munter gewordene Tier am Wegrand zu fressen begehrte. So langten wir in Müsott an. Rilke in Mantel und Hut stand auf der Freitreppe seines Turmes und betrachtete unser eintreffendes Dreigespann mit besorgtem Erstaunen. »Was soll das?«, fragte er. Wir banden das Tier an den Zaun und erzählten unsere Geschichte. »Ja, und jetzt?« Rilke scharrte uns an, etwas Missmutiges klang in seinem Tonfall mit, aber an die Zukunft hatten wir noch kaum gedacht. Weder in einer Stadtwohnung noch in einem kleinen Hotel in Sieders ließ sich, das war klar, ein so ungewöhnlicher, die Gewehr eines sehr raschen Wachstums in sich tragender Hausgenosse unterbringen. Wir sprachen nicht darüber, wir machten uns auch noch keine Gedanken, aber hinter den Gedanken legte sich dennoch etwas zurecht. Rilke war gleich nach unserem Eintreffen auf ein Buch zu sprechen gekommen, das er besonders liebte und das er neben die Bibel und die Odyssee gestellt hatte. Für dieses eine Buch bekundete er eine ausgesprochene Vorliebe, die mich in seinem Fall überraschte. Er griften Band, die Prosa-Fassung von Karl Spittel aus Prometheus und Epimetheus. Rilke sprach, als müsse er dieses Werk gegen unsichtbare Gegner verteidigen. Dann versuchte er uns einige Stellen vorzulesen, er blätterte, schlug da und dort auf, fand aber nicht das Richtige und ließ da das Gespräch ohnehin, Franzonis wegen Französisch geführt wurde, von seinem Vorhaben etwas enttäuscht, wieder ab. Das Fenster stand offen und plötzlich hörte man das klägliche Rufen unseres vierbeinigen Gesellen. Rilke schüttelte den Kopf und sagte zögernd, als begebe er sich auf schwaches Eis, »Ach, das arme Tier! Sollte man ihm nicht irgendein Milchgericht zubereiten lassen?« Vorerst mussten wir lachen und der Dichter stimmte herzhaft ein, aber uns war nicht ganz wohl dabei. »Wir werden unser Kalb gleich irgendwo unterbringen, wo es richtig versorgt wird.« »Rasch und grimmig«, sprach Franzoni und dann zu mir gewandt, »das sehen Sie. Da sind wir also jetzt mitten in der Sentimentalität, von der wir gestern Abend sprachen und auch schon in der Lächerlichkeit.« Dann aber sehr entschlossen erklärte er, »Lassen wir das.« Somit wurde nicht mehr vom Kalb gesprochen, auch kein Milchgericht, wie es so schön geheißen hatte, wurde zubereitet. Und nicht ohne eine gewisse Willensanstrengung kamen wir in ein angeregtes Gespräch über die Briefe Petrarchas, die aufgeschlagen auf Rilkes Schreibtisch lagen. »Sehen Sie«, sagte unser Gastgeber und er wies auf den aus Neapel datierten Brief vom 1. Dezember 1343 an den Kardinal Colonna in Avignon und zeigte uns die Stelle, wo es heißt, »Hier in Neapel wird das verruchte Gladiatoren-Spiel im Angesicht der königlichen Familie und des ganzen Volkes mit einer mehr als barbarischen Rohheit gefeiert.« Und weiterhin, »Dort wird Menschenblut vergossen, als handelt es sich um Vieh. Und oft werden unter dem Beifall der rasenden Arena, unter den Augen beklagenswerter Eltern, unglückliche Jünglinge abgestochen und, es gilt als höchste Schande, mit der Kehle auch nur etwas zögernd, das Schwert zu empfangen, gerade so als kämpfe man für das Vaterland und um den Lohn des ewigen Lebens. Dorthin wurde ich zunächst völlig ahnungslos geführt, an einen Ort, dicht bei der Stadt Carbonaria geheißen, nicht unverdient trägt er diesen Namen, schwärzt doch dort die Werkstatt der größten Verbrechen, blutdürstige Schmiede am Amboß des Todes. Die Königin war zugegen, und der junge König Andreas, ein Knabe von hohem Geist, zugegen war Neapels ganze Ritterschaft, der es keine an Wohlverhalten und an Anstand zuvor tut. Das ganze Volk war herbeigeströmt. Ich strengte meine Augen an, im Glauben, ich würde etwas Großes zu sehen bekommen. Plötzlich brach ungeheuer Beifall los. Ich blickte um mich in sie, ein wunderschöner Jüngling stürzte vor meinen Füßen zusammen, vom Dolche durch Bord. Am ganzen Leibe schaudernd sprang ich aufs Pferd, gab dem Tier die Sporen und floh dem Schauspiel des Grauens und der Hölle. Fanzoni schaute mich an. Nun sehen Sie, sagte er, es war immer so. Gladiatorenkämpfe überdauern die zwei christlichsten Jahrhunderte und sind im 14. noch lebendig. Nun trieb es mich, Fanzoni zum Widerspruch zu reizen, eine seiner großen, empörten Perioden auszulösen. Vielleicht, warf ich ein, hatten Petrakas Zeitgenossen stärkere Nerven als er, als wir. Vielleicht erging es ihm wie den rührseligen Damen bei spanischen Stierkämpfen. Er war Fanzoni schwieg und nun meinte Rilke, er war des Mitleids fähig. Er versetzte sich in diese sterbenden Jünglinge, identifizierte sich. Ich habe Menschen gekannt, die sich wirklich in die leidende Kreatur zu verwandeln vermochten und die Leiden der Unschuldigen auf sich nahmen. Wieder schloss ich mit dieser Bemerkung ein Kreis, immer eingeschlossen im Gesprächsgegenstand, auf den wir seit beinahe 24 Stunden mit leiser, unwiderstehlicher Gewalt beständig zurückgeführt wurden. Denn schon am Abend zuvor hatten wir über das Wesen des Mitleids gesprochen. Der rechte Einklang aber fehlte an jenem Tage und während dieses ganzen Besuches. Wir gingen wie am Rand eines Abgrundes. Rilke schien jetzt da müde zu sein, deshalb brachten wir auf, und er begleitete uns bis zur Gartenpforte. Wortlos lösten wir das Kalb vor Zaun und schlugen den ebenen Weg zum nahegelegenen Dorfe ein. Auch lang stand der Dichter da, winkte uns, schaute uns nach, wie wir so zu dritt davon zogen, aber beim letzten Winken hob er leicht die Schultern und ging in seinen festen, harten Turm zurück. Beim Dorfeingang begegnete uns eine alte Frau, schwarz gekleidet und würdig, sie blieb stehen und betrachtete uns erstaunt. Das Kalb auf seinen zitternden Beinen klagte, ich grüßte und begann, Guten Abend, können Sie uns einen Rat geben? Wir haben hier, wie Sie sehen, ein Kalb, und wir möchten es gerne verschenken. Die alte Wicht zurück, als sei etwas nicht geheuer. Sie begab sich in den Schutz seines Hauses, den Rücken an die dunkel gebeizten Holzwände drückend, die gefalteten Hände hielt sie auf der Höhe der Magenkrube. Und trat ein untersetzter Mann, ein Weißbärtiger unter die Tür, nickte der Alten zu, fixierte mich und mein beklagenswertes Eigentum ohne Wohlwollen und fragte, was ist los? Die Frau murmelte etwas mir Unverständliches und stellte der Mann sich vor mich hin und äußerte, Barsch, woher haben Sie das Tier? Aus zwei sich schräg gegenüberliegenden Häusern traten zwei weitere Männer, ein etwa 16-Jähriger mit Schwingerarmen und ein bedächtiger 40er. Den Händen in Nosentaschen kamen sie langsam näher. Der 40er brauchte eine lange Pfeife. Jetzt gingen viele Fenster auf in der Dorfgasse, Gestalten beugten sich hinaus, Halbwüchsige und Kinder drängten sich heran, Frauen und Mädchen näherten sich, schließlich umstanden mich alle Dorfbewohner und mitten unter ihnen stand Franzoni und auch er schaute mich an. Woher haben Sie das Tier? fragte der Bertige ein zweites Mal. Wir haben das Kalb gekauft, gekauft von einem Mann, der es zum Schlechter bringen wollte. Wir möchten, ich wünsche das Kalb jemandem zu schenken, der Vieh besitzt und der es aufziehen kann. Und ich setze noch hinzu, ich zahle gerne etwas für die Aufzucht. Und ich für den Kalbsbraten, rief der Junge. Aber der Bertige, nachdem ein ungeheures Gelächter aller Anwesenden verklungen war, trat noch einen Schritt näher und erklärte, also sie behaupten, dieses Kalb gekauft zu haben. Mittagessen aber noch nicht bezahlt, rief einer und wieder das Gewirr der Zuschauer. Die alte Frau war im Haus verschwunden. Nun kam sie wieder und stellte einen Eimer mit Milch vor das Kalb hin. Hastig begann es zu trinken. Plötzlich nun trat Franzoni vor, wie einer, der wenig Zeit hatten, Schluss machen will. Die Sache ist in Ordnung, sagte er, das Kalb ist gekauft worden, will es jemand übernehmen. Es war sofort klar, dass jedermann Respekt vor dem Sprechenden empfand, er hatte es an sich. Der alte sagte, das ist ein halbjähriges Milchkalb, mit Milch aufgezogen, das gibt weißes Fleisch. Schönen Sie es mir, brüllte der Junge, welcher Kalbsbraten geschrien hatte. Aber die anderen schwiegen. Späße und Gelächter hatten aufgehört. Wir nehmen's, sagte der alte. Aber das mit dem Aufziehen, das verstehen Sie nicht. Das ist nicht in der Ordnung. Ich wiederholte mein Angebot, verlangen Sie einen Beitrag für die Aufzucht. Er machte eine verneinte Gebärde. Das brauchen wir nicht. Sie können es uns überlassen, ist schon in Ordnung. Wieder wurde gelacht, aber leise, und nur von wenigen. Die anderen verzogen sich langsam und kehrten in ihre Häuser zurück, als hätten sie einen peinlichen Vorgang beigewohnt. Fadsoni nahm mich beim Arm und schlug einen raschen Schritt an. Sehen Sie lächerlich und eigentlich miserabel, sagte er, ein rechtes Sinnbild für die meiste Wohltätigkeit. Leichtsinnig gibt man einer Regung nach, man sonnt sich in seiner Gottähnlichkeit und nachher fehlt die Konsequenz. Viele Jahre später sprach ich mit einem indischen Freund. Ich erzählte ihm die damals schon weit zurückliegende Geschichte vom gekauften Kalb. Da wurde nachdenklich, dann musste er lächeln. Und er sagte zu mir, Nun ja, hören Sie dies, einmal saß Buddha in einer erfolgreichen Stadt, unerkannt, im Gewimmel einer Hauptstraße, mit dem Rücken an die Lehmmauer eines Hauses gelehnt, und da kam ein Metzger seineswegs, der riss an einem Strick ein kleines Kalb, den durch Knarren der Ochsenkarren gekerbten, harten Pfarrinnen entlang. Da wurde Buddha von Mitleid, mit dem an saftige Grüne die Wärme des Äuters, die sanfte Nähe der Mutter gewohnten Tier ergriffen, und er spürte den unwiderstehlichen Drang, teilzunehmen und wahrhaft mitzuleiden. So entsandte er seine eigene große Seele in das in den Tod gehende kindliche Tier. Die Seele aber, eben ihrer Größe halber, fand in dem zarten Geschöpf keinen Platz, und der wesentlicher Teil sprang in den Metzger über. Jetzt jedoch entstand in dem Metzger eine so grauenhafte, so qualvolle Verwirrung, ein so marternder Kampf, wahrhaftig ein Leiden ohnegleichen, so dass Buddhas Seele raschestens in seinen eigenen, am Boden sitzenden und an die Hauswand gelehnten Körper zurücksprang. Buddha aber begriff, dass man den Dingen dieser Welt ihren Lauf lassen müsse und er ließ die Lieder auf seine Augen singen.